3, 2, 1, 0 Dann krachte es, uhr plötzlich fielen Bäume um, auf die Wohnwagen der Camper. Die Menschen suchen verzweifelt Schutz. Zuerst dachte die Familie noch an ein Erdbeben, berichtet Schwager Pascal nicht gemann, der sich Sorgen um seine Familie macht. Zum Glück geht es allen sieben gut, doch der Schock sitzt tief, so nicht gemann. Eigentlich wollten sie noch bis Sonntag bleiben, doch nach diesem Schock fahren sie wieder nach Hause, sobald sie den Campingplatz verlassen können, erzählt er gegenüber der Westen. Dort liegen überall umgestürzte Bäume, herabgefallene Äste, der Boden ist komplett aufgeweicht und matschig. Kein Erdbeben hatte die Familie überrascht, sondern ein heftiger Tornado mit Starkregenpunkt. Der Besitzer des Campingplatzes sagte gegenüber der Zeitung Lanova-Venezia, dass eine regelrechte Panik unter den Campern ausgebrochen sei. Ein derart heftiges Unwetter habe er seit Jahren nicht gesehen. Außer Cavallino Trepotti ist auch der Ort Jesolo betroffen. Laut Corriere del Veneto gibt es nach dem schweren Unwetter mehrere Verletzte, eine Person wird vermisst, vermisst.